Hallo ihr Lieben, ist bei euch auch so kalt? Also hier, wo ich lebe, ist kalt. Jedes Jahr das Gleiche. Ich weiß, dass es kommt und ich weiß, dass es schlagartig kommt. Man merkt, wie wenig Wissen hilft. Man wird dann doch krank, weil man einfach nicht schnell genug reagiert auf den Temperatursturz, der auch nicht der erste ist, also sozusagen genauso wie der Frühling mehrere Anläufe braucht in unserem Breiten. Um da zu sein, braucht es dann der Winter auch. Und jedes Mal nehme ich mir vor, rechtzeitig die Winterklamotten rauszuholen, mich rechtzeitig warm einzupacken und jedes Jahr aufs Neue. Seit Jahrzehnten bin ich zu spät dran. Daher der Schal. So, also in diesem Video geht es um etwas, was mich immer mal wieder bewegt, nämlich die Frage, es klingt so bescheuert, ob ich denn ein Philosoph bin oder nicht. Das ist sehr viel ein sachlicheres Thema, als man glauben könnte. Weil zum Beispiel bestimmte Dinge, da habe ich mal vor vielen Jahren ein Video gemacht, da habe ich mich auf ein Theorem im Anschluss an Blumenberg und eigentlich auf Boetius, der Trost der Philosophie, draufgesetzt. Da geht es um dieses berühmte, was viele philosophische Laien auch kennen, Sittakuissis und so weiter, Philosophus Manzissis. Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und an dieser Überlegung von Blumenberg, Hans Blumenberg, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, kann man eben die Frage draufsetzen, wird man eigentlich durch Selbstzuschreibung oder Fremdzuschreibung Philosoph? Also weil andere sagen, man ist ein Philosoph oder erklärt man sich einfach selbst dazu oder auch erklärt sich selbst nicht dazu. Zum Beispiel Hannah Arendt wäre ein Beispiel. Meines Erachtens hat Hannah Arendt nie gesagt, dass sie selber Philosophin ist und sich selber auch eben ganz bewusst nicht als Philosophin begriffen. So zumindest, was ich weiß. Ganz oberflächlich. Ich bin kein Hannah Arendt-Experte. Das ist so die eine Frage, also überhaupt Selbstzuschreibung, Fremdzuschreibung. Und die zweite Frage, die noch wichtiger ist, ist es überhaupt was Gutes, ein Philosoph zu sein? Denn man kann das so und so sehen. Natürlich. Man kann sagen, das ist ein Ehrentitel und etwas ganz Hochstehendes. Man kann aber auch sagen, das ist eine schlimme Beschimpfung, eine schlimme Verunglümpfung. Nenn mich nicht Philosoph. Ja, so. Weil das ist gar nichts Gutes. So, und das ist also eher ein Video über das Zweite. Fakt ist, ich habe vor vielen Jahrzehnten mal Philosophie studiert bei relativ ambitionierten Leuten. Also nicht irgendwelche, weiß nicht, wie das sonst nennen soll. Man kann eben auch so und so Philosophie studieren. Und ich sage mal, ich habe mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ungefähr irgendwas zwischen acht bis zehn Jahre mich hauptsächlich der Philosophie gewidmet und den verschiedenen Philosophen. Habe da einen Abschluss, hatte einen sehr, sehr, sehr strengen Lehrer, den ich mir bewusst gesucht habe. Den strengsten, den ich finden konnte. Und das ist also Fakt. Und ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich dann doch die alten Bücher aus dem Keller hole und lese. Also ich habe immer so Phasen, wo ich dann sage, so, jetzt ist vorbei. Ich mag den von dem Scheiß nichts mehr hören und dann kommt es wieder. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich durch bin, weil die letzte Phase, wo ich das gemacht habe und all die alten Bücher aus dem Keller geholt habe und nochmal gelesen habe, ist jetzt schon wieder rum, ein paar Jahre. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht wiederkehrt, dass ich also durch bin damit. Aber man weiß nie, man weiß ja auch gar nicht, wie lange man noch lebt und was noch alles passiert. So, das aber nur als Vorrede. Dann gibt es noch ein Faktum. Ich fand immer, ich nenne die so die Antiphilosophen, Philosophen des 20. Jahrhunderts immer am spannendsten. Also die Philosophen, wo es mich wirklich gepackt hat und das ist reine Selbstoffenbarung. Es hat nur was mit mir zu tun, keine allgemeine Bedeutung, nur dieses merkwürdige Individuum mit dem Schal, das hier auf der Couch sitzt. Dem ging es so, dass die spannendsten und interessantesten Philosophen alle waren, die also ihre Nase ziemlich tief in so Bücher, was weiß ich, von Kant und Platon und Co. gesteckt haben und mit denen das auch was gemacht hat, also die das nicht kalt gelassen hat, die dadurch bewegt wurden, auch emotional. Also affektive Anteile sind immer wichtig, ja. Kein Mr. Spock, Gefühlsunterdrückungsscheiß. Also Leute, die sich von Philosophen haben bewegen lassen und dann trotzdem oder gerade deswegen zu dem Schluss gekommen sind, dass Philosophie an sich eher sowas ist wie eine Krankheit. Die fand ich am interessantesten. Soll ich ein paar Namen nennen? Das geht spätestens mit Nietzsche los, vollzieht sich dann auch über Leute wie unter anderem, keine Ahnung, Satre ist so ein bisschen in die Richtung, aber nicht weit genug für meinen Geschmack. Dann sind es natürlich die ganzen lustigen Poststrukturalisten und sogenannten Postmodernen in Frankreich. Es sind aber eben Leute auch wie Blumenberg, wie Richard Rorty. Es ist auch Wittgenstein, ja. Dieses Diktum Philosophie ist eine Krankheit, die man sich einmal anfängt und dann ein Leben lang nicht mehr los wird, ist, glaube ich, Wittgenstein und so weiter und so fort. Also die Leute, die also sozusagen Philosophie immer an sich problematisiert haben, also nicht diese Philosophie oder jene Philosophie, sondern die philosophische Bewegung an sich und damit also auch durchaus sowas behauptet haben wie, es gibt auch unphilosophisches Denken und das ist vielleicht besser als jetzt spezifisch philosophisches Denken, also die These, nicht jegliches Reden, nicht jegliches Denken ist überhaupt philosophisch. Philosophie ist also nicht irgendwas, sondern etwas Bestimmtes. Und dann schauen wir uns diese bestimmte Sache mal an und schauen mal an, ist das überhaupt was Gutes. Die fand ich immer am interessantesten. So, das ist alles immer noch Vorrede. Mein Kern Zweifel an der Philosophie an sich, warum ich mittlerweile mich entweder aufrege oder solche Leute belächle, die auch heute noch mit dem großen Label Philosophie durch die Gegend laufen, inklusive aller heutiger Philosophie-Professoren und vor allem Leute, die in der Öffentlichkeit renommieren gehen mit dem Titel Philosoph, liegt aber an was anderem und zwar an einer Beobachtung und ich glaube, dass die Philosophie bis sich bis, die sogenannte, ja weiß ich nicht, nennen wir es doch mal einfach Philosophie, die Philosophie sich davon bis auf den heutigen Tag nicht gereinigt hat oder befreit hat und wahrscheinlich sogar sich davon gar nicht reinigen und befreien kann. Also es geht um den Ursprungsimpuls der Philosophie und worin besteht er. Meine These ist, er besteht nicht im Staunen, sondern er besteht eigentlich in einem Schrecken, nicht im Staunen, sondern im Schrecken. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mich sehr stark stütze auf Hans Blumberg, der diesen Schrecken auch sehr stark thematisiert, der so, ich würde sagen, ein Gefühl dafür hatte, für diesen Horror, der hinter der Philosophie lauert und das ist kein existenzieller Horror oder nur mittelbar ein existenzieller Horror, es ist ein sozialer Horror. Und dazu muss man sich einfach eine Sache klar machen, die Primärumwelt für den Menschen sind Menschen. Das war immer so, ist heute so und wird immer so sein. Also wenn man über Mensch und Welt redet oder die Conditio Humana, das In-der-Welt-Sein des Menschen, da muss man eigentlich erst mal reden vom Im-Menschen-Sein des Menschen, sogar ganz buchstäblich. Wir werden ja alle geboren von Menschen. Man nennt sie Frauen. So, wir sind also erst mal im Menschen und wenn wir dann also geboren werden, dann fallen wir in die Arme von Menschen. Menschen sind das, was uns zuerst ergibt und bevor wir also sozusagen die sogenannte Objekterkundungsphase antreten und also die Welt objektmäßig erkundigen, das heißt die nichtmenschliche Welt erkunden, ist unsere Primär- und Nahumwelt erst mal menschlich und das prägt uns ganz gewaltig. Wir sind darauf ausgelegt, als biologische Spezies mit Menschen umzugehen, weil das unsere Primärumwelt ist. Das heißt, der Schrecken der Welt ist der Schrecken der Menschheit. Und das, was die Philosophie nach meinen Analysen ursprünglich motiviert hat, ist, wenn diese Welt, also die Menschenwelt oder das, was wir heute so salopp die Gesellschaft nennen, chaotisch und schrecklich organisiert ist. Das ist der Ursprungsimpuls der Philosophie. Also das heißt, Philosophen haben immer dann Konjunktur, wenn die Gesellschaft schrecklich sind. Sie sind sozusagen sowas wie eine Frühwarnanzeige, ein Warnsystem für die Gesellschaft, das gerade gründlich was schief geht. Das heißt, wenn viele Philosophen auftreten, wenn viele Philosophen entstehen und auch in der Öffentlichkeit auftreten und viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Denn es bedeutet, die Gesellschaft ist ist in einem sehr, sehr, sehr unguten Zustand. Ähnlich wie bei Propheten. Philosophen sind nur eine andere Art von Propheten, möchte ich behaupten. Also wenn ihr dieses Bild habt, ich werde es auch nochmal verlinken, Lebendes Brian, ja, so diese sehr lustige, lustige Episode, wo diese drei Propheten auf dem Marktplatz sind und sehr lustige Dinge sagen, ich werde es nochmal verlinken, für die, die des Englischen mächtig sind. Ja, also so, ne, das ist so die Richtung und da gibt es also sehr lustige Überlegungen dazu. Gerade bei dem Historiker Christian Meyer, auf den ich mich so viel stütze, bei meinen Einschätzungen zur antiken Demokratie und so weiter und zur Politik an sich. So, das nur am Rande. Also kurz gesagt, Philosophen, und das ist bei Platon über, über deutlich sichtbar, sind von gesellschaftlicher Unordnung oder was sie so erleben, motiviert. Und die großen Philosophen sind immer davon ausgegangen. Die interessanten Philosophen sind Menschen gewesen, die also ziemlich unmittelbar von gesellschaftlichem Chaos, von gesellschaftlicher Gewalt, von gesellschaftlicher, ja, sag ich mal, Ungutheit, ja, umgeben waren und damit konfrontiert haben und darauf dann mit Philosophie reagiert haben. Also Philosophie ist sozusagen eine Coping-Strategie, um damit klarzukommen, dass die Gesellschaft unordentlich ist. Ja, das ist zum Beispiel auch gerade in der späthellenistischen Philosophie, die in der Neuzeit so viel idealisiert wird, obwohl sie hochproblematisch ist, überdeutlich spürbar. Also in solchen Dingen wie Stoa, Epikurismus, Skeptizismus, das sind alles sozusagen Reaktionen, und zwar sehr resignative Reaktionen auf Verfallsformen des Politischen. Ja, weil die Polis nicht funktioniert, werden die Leute philosophisch interessiert. Ja, das sei all unseren Stoa-Idealisierern, die heute so rumlaufen und auch lustige Kanäle betreiben, die ich ganz bewusst nicht anschaue, weil, so, ne, ähm, äh, mal kurz gesagt. Also kurz gesagt, Philosophie an sich ist viel problematischer, als geglaubt wird. Und jetzt kommen wir aber erst zum eigentlichen Punkt. Das ist immer noch Vorrede hier. Der entscheidende Punkt ist, dass Platon, den man tatsächlich als Stammvater der Philosophie betrachten kann, im Sinne dieses Whitehead-Zitats, die ganze europäische Philosophie ist nur eine Fußnote zu Platon, und das gilt, sofern ich überhaupt ein Philosoph bin, natürlich auch für mich. Also keiner von uns kann es je schaffen, sich von Platon zu lösen. Ähm, der Stammvater der Philosophie hat der Philosophie eine Form gegeben, die man eigentlich nur ideologiekritisch lesen kann oder ideologiekritisch lesen sollte. Was heißt an dieser Stelle ideologiekritisch? Die Philosophie in ihrer prägenden Form, und das heißt, ist die Form bei Platon, ist eine Herrschaftsideologie. Und das lässt sie auch ganz klar durchblicken. Also Platon verhebt, wählt oder verklausuliert oder verbirgt das nicht wirklich, sondern er sagt es relativ deutlich auf zahlreiche Weisen, in zahlreichen Formen, an zahlreichen Stellen, dass es um Herrschaft geht. Und dass es ihm geht um die Frage, wer soll herrschen, und dass die Antwort aus seiner Sicht ganz eindeutig ist, die Philosophen sollen herrschen. Und natürlich muss man fragen, was hat denn Platon für ein Philosophenverständnis? Was ist denn ein Philosoph? Und wie stellt er sich das vor? Und wie erkennt man das überhaupt, ob jemand ein Philosoph ist? Und meine These ist einfach, dass die Philosophie an sich sich davon nie gelöst hat und wahrscheinlich auch gar nicht lösen kann. Und das gilt eben auch für die Menschen, die heute so rumlaufen, also Philosophie studiert haben, Philosophie-Dozenten sind, Philosophie-Lehrstühle und Professuren haben, in der Öffentlichkeit als Philosophen auftreten, also irgendeine Fernsehshow oder ein Interview, und darunter steht Philosoph. All diese Leute, die ja an tausenderlei Dingen interessiert sind und oft das nicht unterschreiben würden, das ändert gar nichts, behaupte ich. Ja, also es ist egal, ob ein Mensch denkt, in diesen platonischen Bahnen im Sinne von Philosophen sollen herrschen oder nicht, ob er das negiert, ob er das gar nicht weiß, ob ihn das überhaupt vielleicht auch gar nicht interessiert, sondern ihn interessiert zum Beispiel Erkenntnistheorie. Entschuldigung. So, also egal, das ändert nichts daran, weil es ist die Form an sich, und die Form an sich ist eine Herrschaftsideologie. Und das sehen wir überdeutlich. Ich finde daran, an dem puren Faktum, wie viele Akademiker heute in unseren Parlamenten sitzen, in unseren hochrangigen politischen Ämtern, also denen, wo wirklich Politik sich entscheidet und entschieden wird. An der Akademikerquote ist das sehr eindeutig abzulesen, dass Platon sich durchgesetzt hat. Platon und seine Akademia. Und das kann man jetzt für Worthuberei und für Zufall erklären. Meines Erachtens ist es genau das nicht, sondern Platon war mit seinem Projekt leider erstaunlich erfolgreich und hat uns genau damit die Probleme eingebrockt, die wir heute haben. Also es ist sozusagen, und jetzt muss man klar sagen, damit man nicht falsch verstanden wird, ich spreche natürlich nicht, weil das würde mich selber treffen von einem intellektuellen Hass oder Akademiker-Hass, dass das was Schlechtes ist. Es ist nur so, wir müssen das ganz gezielt von der Macht trennen oder entkoppeln. Das heißt, was wir nicht brauchen, ist Platons Idee, dass die Weisen, die Klugen, die Intelligenten oder wie auch immer wir sie heute nennen, herrschen sollen. Also eine, da gibt es so viele Namen dafür. Nennen wir es mal einfacherweise Philosophenherrschaft. Das ist nicht das, was wir brauchen, weil das ist das, was wir haben und das ist das, was uns die Probleme, die wir heute haben, eingebrockt haben. Ich glaube, wenn die Zahl gerade stimmt, die ich habe, es ist irgendein Artikel, auf den ich mich da stütze, sind es momentan 92% Akademiker im Bundestag, nur so als Symbol. Das ist in anderen Ländern auch nicht sehr viel besser oder anders. Und wenn man sich dann anschaut, die Leute, also im Parlament ist ja die eine Sache, da gibt es ja auch noch die Hinterbänkel, also Leute, die zwar im Parlament sitzen, aber halt auch nicht wirklich Einfluss haben, die gibt es ja auch. Wenn man sich dann anschaut, Leute, die wirklich einflussreich sind in der Politik, die wirklich, dann hast du auch da fast eine 100% Akademikerquote. Nicht ganz, aber nah dran. Und der Bevölkerung sieht es halt ganz anders aus. Und deswegen müssen wir davon reden, dass Platon mit seinem Projekt leider erstaunlich erfolgreich war, über die Jahrtausende hinweg. Und das hat uns die Probleme eingebrockt. Aus vielen Gründen, die ich jetzt hier nicht vertiefen werde, nicht in diesem Video, ist es so, dass uns das Modell nicht weiterbringt, sondern dass uns das Modell genau die Probleme einbrockt, die wir heute haben. Also sozusagen, die Ursache ist nicht, dass unsere Leute an der Spitze nicht klug, nicht intelligent, nicht reflektiert, nicht studiert genug wären. Das ist nicht unser Problem. Die Berater unserer Politiker sind alle Akademiker. Unsere Politiker selber sind nahezu alle Akademiker und so weiter. Das ist nicht die individuelle Dummheit der Leute. Die Leute sind nicht dumm, ganz offensichtlich. Also wenn diese Leute dumm sind, sind wir alle dumm, weil die meisten von uns sind dümmer als diese Leute. Wenn man jetzt IQ-Tests, komische, ich hasse sie, aber wenn wir sie doch mal als Argument kurz gelten lassen, wenn man jetzt wirklich IQ-Tests, Hardcore-IQ-Tests machen würde, bei den Leuten, die an der Macht sind und bei der Bevölkerung als Ganzer, käme schon raus, dass die Leute, die an der Macht sind, einen höheren IQ haben als die Durchschnittsbevölkerung. Das ist also nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass diese Form, zu der Philosophenherrschaft führt, keine Probleme löst. Und dafür gibt es benennbare Gründe. Es gibt Gründe, warum das so ist, wo wir dann sehen, dass es also unsere Intelligenzunterschiede nicht das ist, was wir fokussieren sollten. Sehr salopp gesagt, ist es aber das, was Platon uns empfiehlt. Ja? Also Platon hat natürlich nicht von Intelligenz geredet, weil dieser Begriff in dieser Form damals nicht existiert hat, sondern andere Begriffe haben existiert, sowas wie Sophrosyne und die Sophia und der Nus und all die schönen altgriechischen Worte, das schöne altgriechische Wortgeklingel, das hat existiert. Aber wenn wir es etwas salopp übersetzen, ist Platons Vorschlag, die Intelligenten sollen herrschen. Ja? Und das ist einfach eine dumme Idee. Es ist eine naheliegende Idee. Es ist intuitiv, aber es ist trotzdem falsch, wie so vieles, was bezogen auf große, komplexe, differenzierte Gesellschaften halt einfach gilt, was einfach kontraintuitiv ist. Der erste Gedanke, den wir haben, ist halt nicht der beste. Das, was wir reflexhaft glauben, was eine Lösung für die Probleme sein könnte, die klugen sollen herrschen, ist leider keine Lösung. Wenn man sie in der Realität dann nämlich anwendet, diese Lösung, merkt man, das hat nicht erwartete, kontraintentionale, unbeabsichtigte Effekte, Folgeeffekte und Nebeneffekte, also Effekte, mit denen man nicht gerechnet hat, die aber trotzdem real sind. Ja? So. Und das ist also das, die Welt, in der wir leben, eine Welt, in der sich Platon und die Philosophie leider durchgesetzt haben, als Form, als Staatsform, als Verfassungsform. Und genau diese Form erzeugt die Probleme. Und die Lösung ist natürlich jetzt nicht, alle Leute über dem IQ von, was weiß ich, 120 rüber ab, das würde mich auch betreffen, wenn ich die letzten Messungen ernst nehme, sondern, oder diese Leute von der Macht fernzuhalten, sondern dass die Lösung ist, halt alle Menschen an die Macht zu bringen, unabhängig von ihrem IQ. Das heißt zum Beispiel auch Leute, die eine verbriefte, was weiß ich, Lernbehinderung oder so haben, ja? Die also kognitiv offensichtlich eingeschränkt sind oder Leute, die dement sind. Wir brauchen die Leute auch in der Politik, komischerweise, ja? Wir brauchen alle in der Politik, unabhängig von ihrer Intelligenz. Und das ist das, wogegen sich Platon gerichtet hat, weil er geglaubt hat, sozusagen in der antiken Demokratie den Beleg dafür zu finden, dass das ungut ist und die Polis in Katastrophen stürzt. Also Platons Analyse ist, wenn man das zulässt, dann beherrschen die Dummen die Klugen und das zerstört die Polis. Ungefähr sehr vereinfacht ist das sein Argument, weil er das so erlebt hat, ne? Im Peloponesischen Krieg und mit der Verurteilung des Sokrates zum Tode, des Besten aller Männer in der Polis Athen. Das ist so das Symbol Platons dafür, dass Demokratie nicht funktioniert. Deswegen ist Platon im Grunde der glühendste Antidemokrat, den Europa je hervorgebracht hat, vielleicht neben Nietzsche. Also die beiden betteln sich darum, wer der noch größere Antidemokrat ist, Platon und Nietzsche. Aber beide sind entschiedene und offene Antidemokraten und von diesem Impuls kann sich die Philosophie gar nicht reinigen. Also vielen heutigen Philosophen ist nicht bewusst, wie antidemokratisch die Formphilosophie an sich ist und dass sie davon auch sozusagen nicht heilbar ist. Also es gibt also heute Leute, die tragen den Titel Philosoph, haben eine Professur für Philosophie und glauben, gute Demokraten zu sein. Aber dass sie da auf eine Tradition setzen, die von ihrem Grundimpuls her antidemokratisch ist, haben sie nie mitreflektiert oder wollen sie nicht wahrhaben. Weil sie sich eben auch die Vorgeschichte der Entstehung der Philosophie und die Vorgeschichte der Entstehung der Demokratie beide nicht intensiv genug angeschaut haben und bei allem, was man gegen mich sagen kann, das habe ich getan. Also damit habe ich mich beschäftigt. Warum ist die Philosophie überhaupt entstanden als Form? Ja, was hat also die Erfindung der Philosophie motiviert und was hat zur Demokratie geführt? Warum wurde überhaupt die Demokratie erfunden? Was hat die Erfindung der Demokratie motiviert? Und dass es da ein Problem gibt, wird nur von sehr wenigen Leuten, die sich mit Philosophie intensiv befasst haben, überhaupt erkannt. Ich kann so Namen nennen, die das so offensichtlich auf dem Schirm haben. der eine ist Richard Rorty und der andere ist Paul Feierabend, paradoxerweise. Der macht das auf eine sehr wilde Art, aber da ist auch erkennbar, dass bei Feierabend ein Verständnis für das Problem sich entwickelt hat, für das Problem, über das ich hier auch spreche. Vor allem zum Beispiel in wieder den Methodenzwang oder in Erkenntnis für freie Menschen. Aber auch noch in vielen anderen Texten. Ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr beeindruckend den Briefwechsel, den Paul Feierabend mit Hans-Peter Dürr geführt hat oder die Autobiografie, die den unschlagbaren Titel Zeitverschwendung trägt. Also Paul Feierabend hat eine Autobiografie über sein Leben geschrieben und diese Autobiografie Zeitverschwendung genannt. Also wenn man all dies zusammenliest, also wenn man sich mal Zeit nimmt, quer zu den eigenen Vorurteilen über Feierabend, bei Feierabend mit einem, sag ich mal, wirklich offenen Blick und offenen Geist zu lesen und das nochmal auf sich wirken zu lassen, erkennt man, dass Feierabend da ein Problem Problemverständnis entwickelt hat, das leider vielen Leuten, die sich mit Philosophie befassen, leider fehlt. Jemand, der das ganz offensiv thematisiert, der zum Beispiel auch Texte geschrieben hat, der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie oder der das ganze Problem also in der Tiefe durchspielt, in seinem Buch Kontingenz, Ironie und Solidarität ist Richard Rorty. Dort findet man das ganz explizit, also nicht in so wilder Form wie bei Feierabend, aber im Grunde ist es das gleiche Problem und es ist benannt und es ist erkannt und es werden auch Lösungen dafür präsentiert. Meine Lösung für das gleiche Problem ist Demokratisierung des Staates. Also eine ganz simple Lösung und eine gezielt antiplatonische Lösung. Die sagt nicht, Akademiker sollen keine Macht mehr haben oder gar Akademiker rüber ab. Das ist nicht, wie gesagt, das würde mich selbst betreffen, das wäre blöd. Sondern meine Lösung ist, es ist einfach nur so, dass Akademiker halt auch nur genauso viel zu sagen haben zu sollen, zu sagen haben sollen wie Nicht-Akademiker oder anders gesagt, Nicht-Akademiker müssen im Staat ganz genauso viel zu sagen haben wie Akademiker. Gleich viel, das ist die Lösung. Weil alles andere gebiert unproduktive Machtkämpfe, akastasis und das ist das Grundproblem, von dem die antike Demokratie überhaupt ausgeht. Also wenn man fragt, welches Problem löst denn die antike Demokratie als Form, dann ist es das Stasis-Problem. Was ist das Stasis-Problem? Das sind beständige Parteikämpfe in der Polis und ein weiterer Parteikampf, Akademiker gegen Nicht-Akademiker brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Parteikämpfe. Wir brauchen die Auflösung von Parteikämpfen und dafür liefern uns die antiken die Griechen in ihrer Demokratie oder wie sie besser genannt werden sollte Isonomie ein Template, eine Blaupause. Also wenn wir keine Parteikämpfe zwischen verschiedenen Menschengruppen heute haben wollen, in den Gesellschaften, die wir heute haben, so groß sie sind, so differenziert sie sind, so verschieden wir sind, wie viele Gruppen und Untergruppen wir in ihnen auch bilden, wenn wir dafür eine Lösung haben wollen, wie wir nicht in diesem Zustand beständige Parteikämpfe akastasis haben wollen, dann sollten wir uns die antike Demokratie nochmal genauer anschauen und aus ihr lernen, auch aus ihren Fehlern lernen, aus ihren Baufehlern. Das ist halt das, was Platon nicht getan hat. Platon hat sozusagen, wenn man das so sagen will, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also er sieht die Probleme und das waren reale Probleme. Die antike Demokratie ist im Peloponnesischen Krieg tatsächlich gescheitert. So viel ist Platon recht zu geben. Aber die Schlüsse, die Platon daraus gezogen hat, waren halt in der falschen Richtung gelegen. Also was Platon leistet, ist eine Restauration, eine Reaktion. Also wirklich ganz klassisch, Platon ist ein Reaktionär, weil er den alten Aristokratismus, den man davor hatte, bevor man die Demokratie erfunden hat in Athen, wiederherstellt, als Geistesaristokratismus. Und die Demokratie hat sich aber deswegen gebildet, weil dieser Aristokratismus auch damals schon nicht funktioniert hat. Und das sieht aber Platon nicht. Platon also stellt praktisch den alten Zustand wieder her, der hochproblematisch war und die Entstehung der Demokratie überhaupt erst motiviert hat. Das ist aber Platon nicht klar und das ist ihm deswegen nicht klar, weil er Teil einer immer noch oralen Kultur war und orale Kulturen sind immer hochgradig geschichtsvergessen. Also man hatte noch nicht in dem Ausmaß, wie wir das heute haben, schriftliche Aufzeichnungen und ist damit so systematisch damit umgegangen wie wir. Das heißt, auch noch zum Zeitalter von Herodot und Thucydides hat man keine Geschichtswissenschaften gehabt und genau weil das so war, wusste Platon nicht, dass das Problem, für das er eine Lösung finden wollte, also die Polis Athen ist in Unordnung, nicht die Wiederherstellung alter Zustände sein konnte, weil diese alten Zustände auch Probleme generiert haben, die überhaupt die Entstehung der Demokratie überhaupt erst motiviert waren. Das konnte aber Platon nicht wissen, aber wir wissen es. Und kurz gesagt, man hat also auf die Krise des vierten Jahrhunderts vor Christus in Athen einfach die falsche Antwort gegeben, die philosophische Antwort, die platonische Antwort und das war halt das falsche Gleis, der falsche Ausgang, der falsche Weg, die falsche Methode, Methodos, der Weg. So, was ich damit sagen will ist, wir müssen wieder da anknüpfen, wo die Griechen aufgehört haben und aufs falsche Gleis geraten sind selbst. Und das ist halt 2400 Jahre alt. So hart das ist, das zu sagen. Vor 2400 Jahren ist Europa falsch abgebogen. Und zwar in Platon. Platon ist die entscheidende Weiche, über die der falsche Weg geht. Und zwar, statt die Demokratie zu vertiefen und auszuweiten und ihre Baufehler zu beseitigen, hat man die Demokratie an sich in Bausch und Bogen verdammt, in Bausch und Bogen schlecht gemacht. Das ist, was Platon tut. Und damit war er leider sehr erfolgreich und hat damit zu den hochelitären, zu den hochgeistesaristokratischen, zu den hochdauerhaft reaktionären Gesellschaften geführt, in denen wir seither leben, seit 2400 Jahren. So alt ist das Problem. Das ist also nicht erst ein Problem, das in der Neuzeit entsteht mit Hobbes. Hobbes ist auch so eine Schaltstelle, wo was ganz grundlegend schiefgegangen ist bei der nochmal Neuerfindung des Politischen und der sogenannten Philosophie des Gesellschaftsvertrags und dieser ganzen neuzeitlichen, total wahnsinnigen und irren Staatsphilosophie, die die Neuzeit entwickelt hat. Also ein völliges Missverständnis davon, was ein politisches Gemeinwesen ist, was ein Staat überhaupt ist. Die Neuzeit hat das also mit Hobbes im Anschluss an Hobbes gründlichst missverstanden. Aber vor Hobbes ist halt Platon und auch Hobbes war ein Platon-Kenner. Das lässt er auch durchblicken und ist ganz eindeutig so. Hobbes macht einige sehr verrückte Dinge, die man, wenn man Platoniker wäre, überhaupt nicht platonisch nennen würde. Das kann ich deswegen so sagen, weil mein eigener Denkweg zufällig, reiner Zufall so war, ich habe erst Platon studiert, relativ intensiv, so pro Seminare belegt, Altgriechisch gelernt und den ganzen Scheiß. Und danach habe ich mich mit Hobbes beschäftigt. Das war reiner Zufall, reine Zufälligkeit. Und aus dieser Pfadabhängigkeit, dass ich erst das und dann das gemacht habe, konnte ich erst mal Hobbes kaum verstehen, weil wenn du mit platonischen Begriffen auf Hobbes losgehst, dann ist alles, was Hobbes tut, Unsinn. Und deswegen habe ich ein recht gutes Gefühl genau dafür, dass Hobbes gleichzeitig Platoniker und Anti-Platoniker ist. Er ist in einigen Dingen hoch auf hoch problematische Weise platonisch geblieben und in anderen Dingen negiert er Platon ganz entschieden und ist ein Atomist und Atomismus ist ja für Platon was ganz, ganz Übles. Wie auch immer. Das ist was, was nur sozusagen nur Philosophen überhaupt interessiert. Was ich eigentlich sagen will ist, die eigentlichen Fehler sind vor 2400 Jahren gemacht worden, als die antike Demokratie in eine Krise geraten ist, aus der Europa dann systematisch die falschen Schlüsse gezogen hat, Schlüsse, die die Demokratie als Form dauerhaft diskreditiert gemacht haben. Also wer sich fragt, warum hat es denn 2200 Jahre gedauert, bis man überhaupt mal wieder ernsthaft über Demokratie geredet hat, also vor circa 200 Jahren aus unserer Sicht. Warum dauert das? Es gab ja schon mal eine Demokratie, ne? vor 2600 Jahren entstanden, hat ungefähr bis vor 2100 Jahren geändert. Die entscheidende Krise ist etwas davor, eben im vierten Jahrhundert vor Christus. Warum ist das so, dass man danach, nach dieser Zeit, 2200 Jahre gebraucht hat, bis man wieder überhaupt angefangen hat, über Demokratie zu reden? Und der Grund ist, a, dass diese Demokratie in der Antike tatsächlich in eine tiefe Krise geraten ist, und b, dass die Interpretation dieser Krise bei Platon sich leider durchgesetzt hat. Und das war halt die falsche Interpretation. Platon liegt in seiner Analyse leider nicht richtig. Und diese falsche Analyse der Krise der antiken Demokratie hat sich historisch durchgesetzt und uns die Probleme beschert, die wir seitdem haben. Und die bestehen darin, dass wir glauben, eine Herrschaft der Weisen, eine Herrschaft der Klugen, eine Herrschaft der Intellektuellen, eine Herrschaft der Wissenschaftler, eine Herrschaft, so, wie auch immer wir das nennen, nennen wir es Philosophenherrschaft, sei sinnvoll. Und das ist sie nicht. Und das wird leider nur von sehr wenigen Philosophen überhaupt thematisiert oder erkannt. Dinge beschäftigen. Das ist nicht auf der Ebene Intelligenz oder Reflektiertheit, das ist so auf der Frage, eher Geschmack nenne ich das. Geschmacksfragen sind Wertungsfragen. Was ist wichtiger als was? Womit sollte man sich überhaupt beschäftigen? Also es ist eine Frage von Fokus. Und die Leute fokussieren die falschen Dinge und kommen deswegen zu den falschen Schlüssen. In dem Bereich, worauf sie sich fokussieren, kommen sie zu den absoluten richtigen Schlüssen. Die Leute sind hochintelligent. Es ist nur so, dass sie stellen die falschen Fragen und beschäftigen sich mit den falschen Sachen und kommen dann zu total schrägen Leuten. Schrägen Leuten sag ich schon. Schrägen Folgerungen. Eine davon, eine Konsequenz davon ist, dass sie ihre eigene Tradition nicht wirklich verstehen. Die meisten Philosophen, so hart es ist zu sagen, verstehen Philosophie nicht. Ich nenne die manchmal, um sie bewusst zu ärgern, Schmalspurphilosophen, weil sie ihre eigene Tradition nicht verstanden haben oder glauben, sie könnten sich einfach per Dezision, per Willkür, per Willensentscheidung davon trennen. Nach der Vise, wieso? Ich will doch keine Philosophenherrschaft. Dann gibt es auch kein Problem. Ja, das ist unsystemisches Denken. Wenn du denkst, in deinem Willen, in deinem kleinen Kopf kannst du ganze Strukturen einfach mal negieren und das hätte irgendwelche Bedeutungen in der Wirklichkeit, dann bist du eben, weiß ich nicht, ein unsystemisch denkender Kognitivist, so nenne ich das. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Nur weil du es nicht sein willst, bist du es dann halt so nicht, bist du es halt dann trotzdem. Das ist nichts, was du aus dir heraus ändern kannst. So, und das gilt natürlich auch alles für mich, muss man sagen. Also, ich rede hier auch öffentlich, ich habe Philosophie studiert, ich habe einen akademischen Abschluss, bla bla bla. Alles, was ich hier sage, gilt auch für mich selber. Das andere wäre völliger Unsinn. So, und also insofern ist die Frage, bin ich ein Philosoph? Ja, nein, eine viel komplexere Frage, als man meinen könnte. Nur in der Frage, ist denn Philosophie etwas Gutes oder etwas Schlechtes, bin ich absolut entschieden, Philosophie ist etwas Schlechtes. Und das heißt natürlich nicht, dass Nachdenken schlecht wäre oder das Reden schlecht wäre. Ja, öffentliches Reden oder so oder Wissenschaft schlecht wäre gar. Das heißt es nicht. Es heißt nur, dass es a, außerphilosophische Formen des Denkens und Sprechens gibt. Nicht alles Denken und Sprechen ist überhaupt philosophisch. Und b, um den tiefsitzenden Philosophismus, nenne ich es mal, oder Platonismus, Europas zu überwinden, der sich über Europa, über den europäischen Kolonialismus auf die ganze Welt ausgebreitet hat. Heute, aus meiner Sicht, ist die gesamte Welt philosophisch oder platonisch. Und das ist aber nichts Gutes. Dann es heißt, dass die ganze Welt nicht demokratisch ist. Deswegen, weil Europa nicht demokratisch war, immer antidemokratisch war und diesen Antidemokratismus weltweit ausgebreitet hat, den entschiedenen Antidemokratismus Platons. Diesen Antidemokratismus oder Philosophismus oder Platonismus überwinden wir nicht, indem ich jetzt sage, aber ich bin doch ein Demokrat, ich will doch Demokratie. Sondern diesen Antidemokratismus, Philosophismus oder Platonismus überwinden wir nur und ausschließlich in unseren Institutionen, in unseren Verfassungen. Das Einzige, was uns heilen kann von der Krankheit der Philosophenherrschaft, ist Demokratisierung. Und Demokratisierung findet nicht im Kopf statt, sondern in den Institutionen, in Verfassungsreformen. Das Einzige, was uns sozusagen heilen kann von dem Irrweg, auf dem wir seit 2400 Jahren, also seitdem Platon die falschen Schlüsse aus der Krise der antiken Demokratie gezogen hat, die einzige Art, wie wir diesen Irrtum, diesen Irrweg heilen können, sind Verfassungsreformen. Demokratisierende Verfassungsreformen ist der einzige Weg. Also nicht, weil ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ich bin doch ein guter Demokrat, der die Gleichwertigkeit aller Menschen will, ich bin doch ein guter Demokrat, der sagt, jeder ist wertvoll und jeder hat wertvolle Beiträge zur Gesellschaft zu geben, ändert das irgendwas. Ich bin trotzdem jemand, der privilegiert ist, ich bin trotzdem jemand, der Philosophie studiert hat, ich bin trotzdem jemand, der genau darüber eine größere Reichweite erreicht in der Öffentlichkeit, aber auch im persönlichen Umgang, also wem das nicht klar ist. Ich habe Philosophie studiert, bin aber ein migrantisches Kleinbürgerkind, wenn man mich so schichtmäßig, klassenmäßig einordnen will. Ich habe eine deutsche Mutter und zwei migrantische Väter, einen biologischen migrantischen Vater, einen sozialen migrantischen Vater. Ich bin, meine Verhältnisse, meine Vermögensverhältnisse kann man nur bestenfalls kleinbürgerlich nennen, aber ich habe Philosophie studiert. Durch Zufälle der Geburt und Zufälle des Zeitgeschehens war es mir möglich, Philosophie zu studieren und darüber, dass ich ein Philosophiestudium habe und daher zum Beispiel so reden kann, wie ich derzeit gerade rede, habe ich Zugang zu Menschen, zu denen, die ich sonst gar nicht hätte und der für einen Menschen, der so ist wie ich, eher selten ist. Das heißt, ich gehe auf Veranstaltungen und kann Leute so anquatschen, dass sie mit mir reden wollen aufgrund meines Philosophiestudiums. Das öffnet mir Türen. Wenn ich noch pathetischer bin, sage ich, das öffnet mir Herzen. Das hätte ich nicht, wenn ich kein Philosophiestudium hätte. Trotzdem ist Philosophie hochproblematisch oder gerade genau deswegen. So, das ist so mein Gedanke zu der Frage, bin ich denn ein Philosoph und was ist, ist denn das überhaupt was Gutes und zu dem Kontext, wie ich dazu komme, zu sagen, wir müssen Philosophie überwinden, aber diese Überwindung der Philosophie geschieht halt nicht im Reden, nicht im Denken, nicht aus privatem Dezisionismus. Also ich entscheide mich jetzt als Individuum dafür, sondern halt nur strukturell, systemisch und das heißt verfassungsmäßig. Wir brauchen andere Verfassungen, Verfassungen, die so beschaffen sind, dass sie jedem Menschen Einfluss geben auf das Gemeinsame, Einfluss geben auf die Polis und zwar gleich starken Einfluss und zwar unabhängig davon, welchen Bildungsabschluss oder Schulabschluss ein Mensch hat oder nicht hat. Es ist die Entkoppelung von, was wir heute so Lapidar Bildung nennen und politischem Einfluss und politischer Macht. Diese beiden Größen gehören entkoppelt, genauso wie zum Beispiel auch die Vermögensfrage von politischer Macht entkoppelt wird, also wo es darf nicht so sein, sonst ist es halt keine Demokratie, dass Menschen mit großem Vermögen sehr viel mehr Einfluss, Einfluss, Einfluss auf Staat und politisches Entscheiden haben als Menschen ohne Vermögen, das darf nicht so sein, sonst ist es halt keine Demokratie und beides, da gibt es ja auch eine Korrelation, keine Strenge, aber es gibt sie, beides, Vermögen und Bildung, muss entkoppelt werden von privilegiertem Zugang zur Macht. Alle müssen Macht haben. Es geht nicht um eine Entmachtung der Gebildeten und Vermögenden, es geht um eine Ermächtigung der sogenannten, sogenannten Ungebildeten und Unvermögenden. Wir müssen also gezielt, und das klingt als total widersinnig für die heutigen Menschen, die Ungebildeten und Unvermögen dann an die Macht bringen. Wenn wir das also spüren, mal was das sagt, was das mit uns macht, wenn ich das so sage, wir müssen die Ungebildeten und Unvermögenden an die Macht bringen, dann stellt sich sowas quer in einem, Moment mal, was soll denn das, das ist ja schlecht. Das sind unsere tiefsitzenden platonischen Reflexe. Diese Reaktion, die wir in uns spüren, wenn ich das sage, das ist das, wo ich sage, da hat uns Platon ins Hirn geschissen und diese Scheiße haben wir nie ausgeleitet, kulturell. Wir sind immer noch Platoniker, wir haben platonische Reflexe und das merken wir daran, wie wir emotional reagieren, wenn jemand wie ich sagt, wir müssen die Ungebildeten und Unvermögenden systematisch als gleichmächtige, gleichwertige, gleichwirksame an die Macht bringen. Dann meldet sich unser innerer kleiner Platon oder unser innerer großer Platon und sagt, nö, schlimme Idee, Demokratie, schlimme Idee. Ja, das sind wir. Wir sind Platoniker, wir sind Philosophen, wir sind bislang noch keine Demokraten und das ist kein großes Rätsel, warum wir es so schwer haben, demokratische Institutionen, demokratische Verfassungen in der Wirklichkeit zu realisieren. Das hat alles, was mit dem Denkweg oder der Pfadabhängigkeit Europas zu tun, ideengeschichtlich, aber noch mehr natürlich Institutionen geschichtlich. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.